Solarien gibt es viele, aber nur ganz wenige können mit einem so breiten rundum Wellnesspaket aufwarten wie das Sonnenstudio Joy & Sun in Friedberg. Ganz im Zeichen des Mottos Sonne ist Leben bietet Ihnen das staatlich geprüfte Sonnenstudio die Möglichkeit, die positiven Wirkungen des UV-Lichts kontrolliert und schonend zu genießen. Selbstverständlich entsprechen dabei alle technischen Einrichtungen den aktuellen Anforderungen und Auflagen. Doch damit nicht genug. Der Betrieb ist auch ein Top-Wellness-Tempel, in dem Sie sich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen können. Das Angebot umfasst in diesem Bereich unter anderem relaxende Massagen durch eine ausgebildete Wellness-Masseurin und diverse Beauty-Behandlungen. Zu all den Streicheleinheiten für Körper und Geist kommt noch ein überaus sympathisches Team, das Ihnen mit kundiger Beratung zur Verfügung steht. Sonnenstudio Joy & Sun – So sieht in Friedberg die Auszeit vom Alltag aus.